Guten Tag, ihr hört die letzten Regieabsprechungen, aber was ich auch höre ist, man hört mich. Die Technik funktioniert, das ist wunderbar. Technik ist auch ein Thema, das wir jetzt dann gleich mit Marcel Waldvogel vom Kollektiv DENIP, wollte ich gerade sagen, von der DENIP Crowd haben sie mir gesagt, soll ich sie vorstellen. Das sind dann noch Adrienne Fürchter und Patrick Seemann, die dann im zweiten Teil dazukommen werden. Aber zuerst einmal haben wir Marcel Waldvogel, Informatiker, er weiss also, wovon er spricht, wenn es um Technik geht, wenn es um die Cloud geht und ihr hört schon die grossen Anführungszeichen, die da drin sind. Wir gehen alle in die Cloud, wir holen alles aus der Cloud, aber was hat es damit eigentlich denn genauso auf sich mit diesen Mythen auch, die sich um diese Cloud ranken? Das wird uns in den nächsten drei Viertelstunden Marcel Waldvogel erzählen. Ich freue mich auf dein Referat. Die Bühne gehört dir. Ja, danke vielmals und es freut mich, dass so viele hier geblieben sind. Wir waren ja da fast ein bisschen verängstigt, dass ihr nachher den Weg nicht mehr zurückfinden würdet. Insbesondere, da ich ja eigentlich nur die Vorgruppe bin. Die eigentliche Aktivität folgt dann in den zweiten Teil. Ich versuche ein bisschen Stimmung zu machen, ein bisschen Verständnis zu machen, dass ihr schon in der Stimmung seid, damit ihr nachher das, was Adrian und Patrick erzählen, dann so richtig geniessen und verstehen könnt und auch wisst, wieso wir diese Probleme haben, die wir eigentlich haben. Also, das heisst, in der ersten Zeile eben, was Chris schon gesagt hat, genau, nicht alle Clouds sind gleich. Wieso packen wir alles da in einen Topf, wenn es eigentlich gar nicht passt? Ich versuche diesen Topf ein bisschen aufzudröseln und entsprechend an diesem aufgedröselten Topf von Cloud dann auch zu erklären, wieso Sicherheit und Privatsphäre da umgesetzt werden können und eben, wo sie eben noch nicht umgesetzt werden können und ob zukünftige Verschlüsselungstechniken wie homomorphe Verschlüsselungen da helfen. Und ja, ihr werdet sie nachher verstehen, das ist komplexe Mathematik, aber ich werde, wenn ihr 2 plus 3 zusammenzählen könnt, werdet ihr das Wichtigste davon verstehen. Ich versuche es und ich verspreche es. Und dann am Schluss, wo reicht es, wo reicht es nicht? Und das ist dann der Übergang in die zweite Teil, was läuft bei Cloud-Beschaffungen gut, was läuft bei Cloud-Beschaffungen schlecht, was läuft bei den ganzen Überlegungen dort gut und schlecht und wo wollen wir hin? Das ist dann die Aufgabe der Hauptgruppe. So, wieso wollen wir eigentlich zur Cloud? Früher hat man ja auch alles auf dem eigenen Rechner gemacht, aber unsere ganze Welt wird eigentlich immer komplexer, immer mehr Sachen kommen auf uns zu und das ist ganz praktisch, einen Teil der Verantwortung wieder abgeben zu können. Das ist so einer der wichtigen Gründe, wieso wir Clouds haben, weil da eben ein Teil der Verantwortung abgegeben werden kann. Und, ja, aber wie, wenn wir diese Verantwortung abgeben, Trauen ist gut, Kontrolle ist besser, haben wir da die Möglichkeit zu sehen, was da eigentlich dahinter abläuft. Die klassischen drei Pfeiler, die wichtigsten drei Pfeiler in IT-Sicherheit, sind die Vertraulichkeit, Confidentiality, eben die Integrität und die Availability, die Verfügbarkeit, diese klassische CIA-Approximation. Was machen die? Confidentiality sorgt dafür, dass Unberechtigte nicht etwas lesen dürfen. Integrität sorgt dafür, dass wir erkennen, wenn Unberechtigte etwas verändert haben, unberechtigterweise. Also sorgt dafür, dass Unberechtigte nicht schreiben dürfen. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut, aber wir haben nämlich noch etwas vergessen. Wir wollen auch, dass die Berechtigten lesen und schreiben können. Also eigentlich ist Availability das, was immer am wichtigsten ist und trotzdem geht das häufig vergessen. Availability ist auch das, was wir selbst relativ einfach machen können und verstehen können. Das sind solche Sachen wie Backup und Updates einspielen und so weiter oder halt eben Daten in die Cloud schicken und dort kümmert sich jemand anders drum, sind wichtige Aspekte. Und zusätzlich haben wir Mechanismen, wie wir die Verschlüsselung, das Schlüsselmanagement erreichen können, um eben diese Vertraulichkeit zu erreichen und Prüfsummen und digitale Signaturen sind so die Arbeitspferde für die Integrität. Schlussendlich, ja, das hier unten ist so eine Art oder ein wichtiger Aspekt von Business Continuity Management. Wenn euch also jemand das verkauft, dann ist vor allem dieses Konzept da unten ganz wichtig. Verschlüsselung. Wer hat schon mal was verschlüsselt? Gut. Eben, das links, das hat Cäsar schon verwendet. Einfach alle Buchstaben um drei verschoben und war damit sehr glücklich. Das ist eine sehr einfache Verschlüsselung, eine symmetrische Verschlüsselung, weil eben die drei, um wie viele Buchstaben es verschoben wird, wird sowohl beim Entschlüsseln als auch beim Verschlüsseln benutzt. Das heisst, der Empfänger und der Sender müssen den gleichen Schlüssel kennen. Das ist für viele Sachen praktisch, für einige aber eben nicht so. Deshalb wurde dann, so rund in den 70er Jahren, kamen die, wie heisst es, die Public Key Verschlüsselung dazu. Jedermann kann etwas verschlüsseln an eine bestimmte Person, aber nur diese Person, also nur der, der den passenden Gegenschlüssel hat, kann es entschlüsseln. Hier, eben, wir haben den Klartext und wir haben das Schiffrat und wir haben eine Verschlüsselungsfunktion E, wie Encryption, die den Public Key verwendet und eine Entschlüsselungsfunktion Decryption, die den Private Key verwendet. Und damit haben wir eigentlich einen geschlossenen Kreis. Und wenn wir jetzt den Fehler machen, dass wir die Entschlüsselungsfunktion mit dem Public Key paaren und die Verschlüsselungsfunktion mit dem privaten Key, haben wir nicht Müll bei ganz vielen dieser Mechanismen, sondern wir haben Signaturen gefunden. Also im Prinzip ist öffentliche, also Public Key Verschlüsselung und Signatur sind, das eine ist einfach das andere falsch angewendet, sehr vereinfacht gesagt. Die passen also irgendwie alles zusammen. Das ist eben seit den 70er Jahren alles bekannt, easy peasy, aber das Problem ist meistens, wie verteile ich diese Schlüssel, wie sorge ich dafür, dass die Nachricht eben genau an die richtigen Schlüssel und damit dann die richtigen Empfänger geht. Das ist in 99% der Fälle das viel Schwierigere. Die Verschlüsselung selbst ist einfach. Integrität verwendet eben diese zweite Hälfte, nämlich das Verifizieren der Signatur und eben Hash-Funktionen, wo irgendein langer Text in etwas Kurzes zusammengefasst wird und wir finden keinen anderen Text, ausser halt eben genau dieser Version des Rotkäppchentexts, die den unterliegenden Hash erzeugt. Damit können wir also feststellen, dass etwas verändert wurde. Soweit eine ganz kurze Einführung in die Verschlüsselung und Entschlüsselung. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was das mit der Cloud zu tun hat. Eigentlich wäre es doch cool, wenn wir da möglichst viel verschlüsseln könnten. Aber eben, wie Chris schon angekündigt hat, die Cloud als einheitliches Ding, das gibt es nicht. Sondern es ist meist eben eine sehr wilde Struktur von allen möglichen Sachen. Ich glaube, es gibt so einen Vergleichsdienst, der da die verschiedenen Produktnamen bei den drei, vier grossen Herstellern vergleicht. Und die haben 100 oder so Einträge pro Dienst, was da alles an verschiedenen Cloud-Diensten damit zusammenhängt. Und ich habe mal versucht, dies in eine schöne Grafik zu packen. Regenbogenfarbig, rund, alles wunderschön. Und wir haben beispielsweise die klassische Cloud-Speicher. Das ist das, was iCloud und viele andere Dienste euch anbieten. Dropbox als erster, der da gross aktiv wurde. Und da könnt ihr eure Files ablegen. Und dann später könnt ihr, und vielleicht sogar noch jemand anderes, wenn ihr da die entsprechenden Berechtigungen erteilt habt, das wiederholen. Das ist ein Dienst, der vor allem Speicherung macht und ein bisschen Netzwerk, aber eigentlich fast nichts mit den Daten rechnet. Und auf der anderen Seite haben wir Dienste, die vor allem die Daten übers Netzwerk schieben, aber eigentlich relativ wenig rechnen. Und dann gibt es diejenigen, die vor allem rechnen und denen ist es eigentlich egal, ob da noch was gespeichert wird und so weiter. Und natürlich gibt es wie immer Mischformen und auch solche, die dann alles machen. Und wir haben noch eine zusätzliche Ebene, dass wir weiter aussen die Sachen, die näher an der entsprechenden Hardware sind, also Netzwerkfunktionen, die näher an der Netzwerkkarte sind, Speicherfunktionen, die näher an der Festplatte sind, oder eben Rechenfunktionen, die näher an der CPU, an der eigentlichen Recheneinheit sind. Übrigens, all die Links, die hier drauf sind, ich sehe, dass da ganz fleissig Fotos gemacht werden. Super. Die ganzen Links sind auch auf marcelwaldvogel.ch, da gibt es einen Artikel über den Winterkongress, da sind die ganzen Links auch drin, falls ihr da zu weit hinten sitzt, um gute Fotos machen zu können. Ja, also schauen wir uns doch diese mal an, was wir eigentlich da an Verschlüsselung haben wollen. Wir haben bei der Verschlüsselung, bei der Confidentiality, haben wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wer weiss nicht, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist? Das ist eine falsche Frage, da geraucht sich natürlich wieder niemand. Gut, also ich erkläre es ein bisschen, obwohl die Hand, die ich da gesehen habe, die gehört zu jemandem, der das, glaube ich, sehr gut versteht. Und die Integrität eben über Signaturen und Hashes, und auf der anderen Seite eben die Verfügbarkeit, ob ein Dienst verfügbar ist, da müssen wir denen einfach vertrauen. Ja, die bieten ihre Rechner an, die warten die und so weiter. Vielleicht habe ich noch ein Service-Level-Agreement, wo ich sage, wenn ihr nicht 99, so und so viel Prozent eure Dienste verfügbar macht, dann kriegen wir Geld zurück oder was auch immer. Das Coole an, speziell an dieser Availability ist, dass man das sieht. Wenn jemand seine Server die ganze Zeit nicht in Betrieb hat, merkt man das sofort. Easy. Juppi. Hey, ganz einfach. Wenn jemand die Daten einfach so verändert, wenn ein Cloud-Provider die Daten einfach so verändert, merke ich das meistens nicht. Ausser eben, ich mache explizit etwas, nämlich mache nochmal Prüfungen und Signaturen drauf. Oder wenn der Cloud-Provider oder ein Mitarbeiter oder sonst jemand, der dazu gezwungen wird, oder was auch immer, sich die Daten rauskopiert, klingt das nicht blöd. Ich kann zwar Vertrauen haben darin und das meiste Vertrauen ist auch gerechtfertigt, aber es gibt immer ein paar Leute, ein paar Geschäftsmodelle oder halt auch ein paar rechtliche Anforderungen, die da etwas anderes erreichen wollen. Und deshalb wäre es eigentlich gut, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben oder eben die Signaturen überall zu haben, aber das geht nur in Teilen von dieser ganzen, dieses Cloud-Regenbogens. Beispielsweise das, was die meisten wahrscheinlich schon Ende-zu-Ende verschlüsselt genutzt haben, sind die Instant-Messenger, Signal, WhatsApp, Threema und so weiter. Da geht es relativ einfach. Das Endgerät verschlüsselt das mit den Schlüsseln der Zielgeräte und dieses verschlüsselte Datenpaket wird über die Netzwerkfunktion des Service-Providers eben von Meta-Facebook bei WhatsApp auf der einen Seite oder eben Signal auf der anderen Seite oder Threema jetzt hier in der Schweiz weitergeleitet und die müssen gar nicht wissen, was da drin steht. Super. Wie gesagt, Schlüsselmanagement ist das andere Problem. Woher weiss ich, dass das der richtige Schlüssel ist? Da gibt es aber auch Tricks, aber das ist nicht ganz so automatisch wie hier. Beim File-Hosting gibt es auch etliche Produkte, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten, entweder durch die Hoster selbst oder durch Add-ons, die die Dateien zuerst verschlüsseln, bevor sie in der Cloud liegen. Wenn man das nur mit sich selbst teilen will, ist es auch mit dem Schlüsselmanagement einfach. Sobald man das innerhalb einer Gruppe oder Firma teilen will, haben wir auch da wieder das Problem. Und dann haben wir auch eben möglicherweise Proxylösungen, die eine VPN-Lösung anbieten. Da werden auch meine Netzwerkepakete mehr oder weniger einfach so durchgeschickt. Der Provider muss mit diesen Paketen nichts machen, außer sie weiterzuleiten. Und ähnlich bei anderen Storage-Bereichen. Also das heisst, wir haben in diesem gelb markierten Bereich haben wir die Möglichkeit, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eben auch Integritätsprüfung Ende-zu-Ende relativ einfach umzusetzen. Dummerweise ist dieser gelbe Teil nur relativ klein. Wir haben nämlich all diese anderen tollen Sachen, insbesondere das, was da im Zentrum steht und das, was ganz viele Leute nutzen, nämlich diese integrierten Lösungen, die alles machen, haben wir nicht berücksichtigt. Was machen wir mit denen? Und das geht es jetzt eigentlich im zweiten Teil dieses Vortrags. Eine Möglichkeit ist, naja, ich sage mal einfach, der Server-Provider macht das dann schon richtig beziehungsweise der Prozessorhersteller macht das richtig und da gibt es diese Idee von den Trusted Execution Environments. Auf den Rechner der Google, Amazon, wer auch immer gehört, läuft ein Programm auf die Google, Amazon, was auch immer keinen Zugriff hat und dieses Programm ist vertrauenswürdig und das macht genau das, was ich eigentlich will. Das wäre das Schöne, wenn das funktionieren würde. Um das jetzt zu erläutern, wir haben typischerweise ein Betriebssystem, jetzt hier dieser orange Kreis, OS, Operating System und da drin haben wir jetzt auf unseren Rechnern Anwendungen wie das Mail-Programm oder der Web-Browser, die laufen. Und das Betriebssystem hat die volle Kontrolle darüber. Das Betriebssystem managt die Ressourcen, checkt die Berechtigungen, macht, dass alles läuft. Kann alles einsehen, kann alles ändern, muss das können, um seine Aufgabe zu erfüllen, weil es muss das ganze System zusammenhalten. Was wir jetzt machen, ist, wenn wir so ein Trusted Execution Environment, TEE, da reinpacken, dann haben wir etwas, was vom Betriebssystem verwaltet wird, aber das vom Betriebssystem nicht mehr einsehbar ist, das eigentlich kaum mehr kontrollierbar ist. Wir haben so ein trojanisches Pferd, ein Kuckucksei da drin und die Idee ist super cool, die Umsetzung ist super aufwendig und kompliziert, aber vergleichen wir das doch mal mit einem schönen Zauberer. Der Zauberer macht das seine Zaubertricks. Wenn er die vorne auf der Bühne macht und ihr schaut alle dahinter, hat er genügend Bewegungsfreiheit, seine Geheimnisse, seine Passwörter, seine verschlüsselten Daten vor euch geheim zu halten. Aber wenn ihr jetzt frei rund um den Zauberer herumlaufen können, wie das Betriebssystem das ja im Normalfall macht, irgendjemand wird dem Zauberer auf die Schliche kommen. Es gibt ganz viele Mechanismen, die das verhindern sollen, dass das Betriebssystem eben diesem Zauberer, dem Trusted Execution Environment auf die Schliche kommen sollen, aber das funktioniert nicht immer. Zum Beispiel hat Intel eben vor einer Woche wieder eine grössere Menge an Sicherheitslücken dort gefixt und das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Ja, möglicherweise können solche Trusted Execution Environments was erreichen, aber da sind ganz viele komplexe Mechanismen drin, die wir kaum verstehen. Und je komplexer etwas ist, desto dummer ist es, weil eigentlich wollen wir ja die Sachen verstehen können, damit wir ihnen vertrauen können. Also versuchen wir das doch nochmal mit Verschlüsselung zu erreichen. Cloud Verschlüsselungsprodukte, wenn man nach Cloud Verschlüsselung sucht, findet man ganz viele tolle Sachen, die alle darauf hinaus laufen, hey, wir speichern eure Daten auf unseren Laufwerken extra super verschlüsselt, wie auch immer. das heisst, die Daten werden, wenn sie von der Disk geladen werden, um da zu bearbeiten zu werden, werden sie entschlüsselt, werden sie bearbeitet und nachher wieder zurück geschrieben. Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist da. Der Schlüssel liegt direkt, immer direkt neben den Daten. Man kann das eben als Security Box oder was auch immer bezeichnen, aber es läuft immer auf das heraus. Der Schlüssel liegt direkt unter der Fussmatte. Wollen wir versuchen zu vermeiden. Es wäre doch toll, wenn wir diese Daten so verschlüsselt verarbeiten könnten. Das ist auch die Idee, mit der wir bei DENIP uns dieser Cloud Security Sache angenommen haben, nämlich einen Artikel von Adrian im September, wo es darum ging, dass Swissmedic beispielsweise gesagt hat, durch technische Massnahmen lässt sich weitgehend verhindern, dass der Cloud Anbieter unkontrolliert Zugriff auf die behördlichen Klardaten erhält. Super. Schöne Aussage. Wir haben jetzt gesehen, durch technische Massnahmen haben wir das, je nachdem, was genau mit diesen Daten passieren soll in der Cloud, wenn sie nur dort gespeichert werden, geht das ganz einfach, aber sobald sie dort verarbeitet werden sollen, haben wir bisher noch keine Lösung. Oder Adrian Lopsiger, der eikonistische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, hat dann gesagt, naja, da gibt es diese homomorphe Verschlüsselung, die steckt noch in den Kinderschuhen, aber damit könnte man dann vielleicht einfache Texte und einfache Rechnungen bearbeiten, hey, das wäre doch cool, das schauen wir uns jetzt mal an. Was steckt hinter dieser homomorphen Verschlüsselung, in die die Hoffnung des Datenschutzes unter anderem gelegt werden, weil die so vieles vereinfachen würden? Wir müssten nicht irgendwelchen Provider, auf die wir möglicherweise auch keine direkten Regressmöglichkeiten haben, zurückgreifen. Aber ist das auch wieder nur die Schlüsselbox oder ist es mehr? Mindestens für die komplexen Sachen sieht es so aus, als ob da auch wieder nur diese Schlüsselbox nötig ist, wäre schön, wenn wir es anders haben könnten. Ich hatte da gerade keine Lust, neue Folien zu machen, deshalb kennt ihr diese zwei Folien schon von früher. Also, klassische Verschlüsselung ist, wir haben auf der einen Seite eben die symmetrische Verschlüsselung, wo der gleiche Schlüssel verwendet wird zum Entschlüsseln und zum Verschlüsseln. Wir haben die asymmetrische Verschlüsselung, wo unterschiedliche Schlüssel hinzukommen. Und jetzt kommt die Homomorphe Verschlüsselung dazu. Und jetzt wird es ganz kurz ein bisschen mathematisch, aber wie gesagt ganz einfach. Also, 3 mal 5 plus 4 mal 5 gibt dasselbe wie 7 mal 5, weil eben 3 plus 4 können wir da ausklammern oder eben einklammern. Das tolle Distributivgesetz oder ein bisschen abschreckender formuliert A mal C plus B mal C gleich Klammer A plus B mal C. Etwas so erschreckend wird der Rest der Mathematik auch bleiben. Ich hoffe, das ist nicht, also ich sehe, noch niemand hat den Raum panikartig verlassen, sondern es kommen noch Leute rein. Hey, super. Ja. Genau. Nein. Und so etwas Ähnliches passiert auch bei der klassischen oder dem alten Arbeitspferd der asymmetrischen Verschlüsselung, dem RSA-Algorithmus. Der macht das Distributivgesetz jetzt nicht auf Addition und Multiplikation, sondern auf Multiplikation und Exponentiation, also auf Hochrechnen, aber es läuft auf genau das Gleiche heraus. Und das Tolle ist, damit haben wir schon homomorphe Verschlüsselung erklärt. Wir haben hier, wenn wir diese drei mit der fünf verschlüsseln, können wir die vier auch mit dieser fünf verschlüsseln und dann zusammenzählen und wir haben das gleiche Ergebnis, wie wenn wir die zuerst entschlüsselt hätten und nachher mit denen gerechnet hätten. Also ich kann am Schluss diese fünf wieder herauskürzen, das entschlüsseln und habe drei plus vier ausrechnen lassen. Mit Umweg, aber niemand hat gewusst, was jetzt da genau gerechnet wurde. Das ist die Idee hinter der homomorphen Verschlüsselung und wer hat es jetzt verstanden? Ja, es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Es geht nämlich, wenn wir nur eine Operation machen wollen, jetzt in dem Fall die Multiplikation, geht es ganz einfach. Sobald wir dann eben nicht nur multiplizieren wollen, sondern auch addieren und sonst noch ein paar Rechenoperationen hintereinander hängen wollen, wird es schwierig. Aber eine der Möglichkeiten, diese Mechanismen zu erkennen oder einer der gerade sehr vielversprechenden Mechanismen sind die gitterbasierten oder lattice-based kryptografischen Verfahren. Und das läuft im Prinzip auf ein paar Koordinatensysteme heraus, einfache Koordinatensysteme, wie wir sie hier kennen und wo wir dann eben einzelne Punkte über verschiedene Wege erreichen können. also eben diesen Punkt an der Koordinate x gleich 2 y gleich 1 lässt sich durch zweimal in Richtung des A-Vektors bewegen und einmal in Richtung des B-Vektors einfach Pfeilchen aneinander hängen. Wir können auch eben diese Pfeile und das müsst ihr jetzt nicht so im Detail wissen, aber für die, die es wissen wollen und es gibt es ein bisschen tiefer noch erläutert woanders eben diesen Punkt können wir durch 1 mal A erreichen den roten und 0 mal B und auch die anderen Punkte können wir wieder entsprechend durch eine Kombination von A und B erreichen und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger wir lassen die Pfeile fast in die gleiche Richtung laufen wie viel mal A und wie viel mal B muss ich jetzt da zusammenzählen um hier nach unten zu kommen hat da jemand eine Idee also es ist 2 mal A minus 2 mal B also um hier in der Zeichnung zu bleiben gehen wir einmal in Richtung des A dann einmal umgekehrt zur Richtung von B nochmal einmal umgekehrt zur Richtung von B nochmal nach vorne die anderen Punkte sind noch viel mühsamer nämlich die sind dann minus 10 mal plus 7 mal und so weiter also obwohl wir immer noch ein sehr einfaches Problem haben wird das umgekehrt ausrechnen wie ich jetzt an einen Punkt komme extrem schwierig das ist jetzt noch einfach mit zwei Dimensionen jetzt rechnen gehen wir mal davon aus dass wir da 100 oder mehr Dimensionen haben und das wird unendlich kompliziert und das ist genau das was wir eigentlich mit Verschlüsselung erreichen wollen und jetzt machen wir es noch so dass wir nicht alle Punkte erreichbar machen in dem ganzen Netz und dann haben wir eigentlich schon einen verschlüsselungsmechanismus einen homomorphen verschlüsselungsmechanismus mit dem wir dann arbeiten können und mit den schönen Vektoren können wir die Sachen entschlüsseln mit den komplizierten kann man es nur verschlüsseln aus denen wird es extrem schwierig das zurückzurechnen oder ein anderes kleines Beispiel aus der Schule wir haben ein Mädchen das ist doppelt so alt wie der Junge und zusammen sind sie 18 Jahre alt wie alt sind die zwei kann man durchaus probieren herausfinden oder das ist nämlich ein lineares Gleichungssystem dieses lineare Gleichungssystem lösen oder wir nehmen jetzt Schildkröten die können ein bisschen älter werden die beiden Schildkröten die eine Schildkröte ist doppelt so alt wie die andere und zusammen sind sie 180 Jahre alt das sind dann 120 und 60 oder halt eben dreimal das Alter der großen Schildkröte plus einmal das Alter der kleinen Schildkröte 420 also und auch aus diesen Beispielen können wir wenn wir nicht die genauen Zahlen übermitteln sondern nur noch ein bisschen gerundete Zahlen können wir ein ähnliches Verschlüsselungsmechanismus aufbauen soweit ein bisschen zu den heutigen verwendeten homomorphen Verschlüsselungsmechanismen die machen nicht viel komplizierteres als das eben es gibt schon noch die eine oder andere Komplexität aber im Prinzip basieren die auf solchen einfachen Rätseln die jedes Schulkind lösen kann hier der Output der beliebtesten wahrscheinlich beliebtesten homomorphen Verschlüsselungsbibliothek in ihrer Testfunktion die Microsoft Seal Library mit der man verschiedene von diesen Mechanismen nutzen kann weil jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile und hier werden eben beispielsweise 4000 mal die Zahlen 5,5 4,5 und 3,5 miteinander multipliziert oder irgend sowas verschlüsselt aber eben es werden für 4000 Zahlen über 100 Kilobyte an Daten schon übermittelt und das Resultat das da herauskommt ist 10,3499969 oder 10,350004 007 etc nah genug aber halt eben nicht grossartig und trotzdem sind diese Rechenleistungen eben es ist je nach Algorithmus ungenau wir haben relativ große Schlüssel die wir schwere Schlüssel die wir kommunizieren müssen wir haben ein Vielfaches der Datenmenge die ausgetauscht werden müssen weil da halt Gleichungssysteme oder Vektoren übermittelt werden müssen anstelle der Daten selbst und es ist langsam 10.000 Mal bis 200.000 Mal langsamer als die normalen Rechenoperationen die unsere Rechner machen und das Schlimmste habe ich noch gar nicht verraten wir wissen nicht ob die anderen richtig gerechnet haben unser Cloud Service Provider der mit unseren verschlüsselten Daten gerechnet hat hat er die richtigen Daten zusammen gezählt oder einfach irgendwelchen anderen keine Ahnung weil er kann mit den verschlüsselten Daten er weiß nicht was die verschlüsselten Daten sind aber er kann die mal die und plus die und so weiter er kann da beliebig rumrechnen mit diesen Daten und dann irgendwas zurückliefern er weiß nicht was die Resultate sind aber er kann da beliebig was zurückliefern und wenn man das nicht will wird das extrem noch mal extrem viel schwieriger Prediction is hard especially of the future aber ich gehe jetzt mal davon aus dass wir weiterhin einige dieser Algorithmen haben werden vor allem die schnellen die ungenau arbeiten wir werden weiterhin große Schlüssel haben auch wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner werden wir werden weiterhin große Datenmengen herumschicken müssen auch wenn sie etwas kleiner sind und auch wenn sie jetzt dann nur noch hundert bis tausend mal so schnell so langsam sind wie jetzt ist es immer noch verdammt langsam und auch die Korrektheit wird weiterhin aufwendig sein also was haben wir ich denke dieses Bild sollten Sie vor allem mit nach Hause nehmen wenn wir unsere Daten in die Cloud schicken um dort was zu berechnen wollen wir ja zum einen uns nicht um die Details kümmern aber wir wollen vor allem auch nicht zu Hause selbst einen Serverpark aufbauen müssen aber wenn diese Berechnungen jetzt 10.000 bis 200.000 mal langsamer sind und vor allem können wir immer noch keine Entscheidungen fällen also wir können nicht sagen wenn jetzt das Resultat größer ist als x dann rechnen wir was anderes also jedes Programm besteht aus Millionen von Entscheidungen und all diese Entscheidungen sind extrem schwierig bis unmöglich in solchen Systemen umzusetzen also ich glaube nicht dass es in absehbarer Zeit funktionieren wird aber was wenn auch selbst wenn es funktionieren würde für einfache Anwendungen haben wir nachher in einem ganzen Rack voller Rechner mit Kilowatt an Rechenleistung haben wir etwa links mit Homomorph Verschlüsselung oder rechts ohne auf irgendeinem popeligen Raspberry Pi haben wir wahrscheinlich mehr Rechenleistung als eben in einem grossen Rack und dann ist die Frage ob es sich nicht vielleicht lohnt doch irgendwo noch einen Raspberry Pi hinzustellen der dann die Daten bekommt auch wenn der Rest in der Cloud gespeichert wird dann die paar Zahlen zusammen entschlüsselt zusammenrechnet wieder verschlüsselt und zurückschickt weil das ist deutlich effizienter so also ganz kurz zur Zusammenfassung als Grundlage vor bevor dann meine Kolleginnen und Kollegen dran sind wenn wir das klassisch verschlüsseln können wir eben einige der Probleme lösen diejenigen die nämlich keine Entscheidungen aufgrund des Inhalts der Daten machen müssen und die die Daten unverändert weiterleiten können also eben Storage Daten abspeichern wieder zurückholen oder Instant Messages verschicken mehr oder weniger das können wir sehr gut sehr einfach klassisch lösen wir haben immer noch das Problem mit dem Schlüsselmanagement und mit Metadaten die dann irgendwie doch herumliegen und entstehen und damit die Privatsphäre oder eben die Confidentiality mindestens auf den Metadaten schwierig einzuschränken ist Homomorph funktioniert für ein paar ganz wenige Beispiele wenn es um wenige Daten geht die irgendwie zusammen verrechnet werden sollen und um eben ganz klar definierte Lösungen ich denke mal das wird nicht viel anders sein und wir haben eben weiterhin die Probleme rund um Schlüsselmanagement rund um Metadaten und halt eben auch wir wissen nicht ob unser Service Provider dem wir eigentlich nicht vertrauen wollen ob der die richtigen Zahlen miteinander verrechnet hat oder die falschen ob er die richtigen Formeln angewendet hat oder nicht und schlussendlich denke ich wir vorerst nichts darum herumführen dass wir sobald irgendwelche Entscheidungen irgendein If-Statement irgendwo drin ist dass wir da nicht mit den verschlüsselten Daten rechnen können und alles was mehr als eine Handvoll Rechenoperationen benötigt wollen wir wahrscheinlich eben auch nicht dort haben weil sonst haben wir ja die ganzen Vorteile die wir durch also viele der Vorteile der Skalierungsvorteile die wir durch die Cloud erreichen wollen wieder zunichte gemacht ja danke vielmals ich hoffe Sie sind alle ein bisschen erschlagen dann muss ich wenige Fragen beantworten aber ich freue mich natürlich wenn Sie trotzdem noch die eine oder andere Frage haben und würde mich freuen die jetzt zu beantworten auf deni.ch finden Sie mehr Infos beispielsweise und eben dieses Bild sollten Sie mit nach Hause nehmen wenn Sie das mit nach Hause nehmen bin ich glücklich ja vielen Dank lieber Marcel ich glaube wir haben eine technisch virtuose Vorband gesehen sind gespannt dann auf die Hauptband was ich mitnehme als Takeaway ich benutze das Wort sonst eher selten aber in dem Fall passt es glaube ich ganz gut dass ich mitnehme als Takeaway ich weiss jetzt wo bei Waldvogels zu Hause der Schlüssel liegt falls ich da mal rein müsste aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Fragen aus dem Publikum wir haben das jetzt bewusst ein bisschen kürzer gemacht der zweite Teil da wird es dann auch mehr Gelegenheit geben Fragen zu stellen aber falls es jetzt gerade noch Fragen gibt zu diesem Teil möglicherweise die eine oder andere Verständnisfrage dann gibt es hier im Saal an zwei Orten Mikrofone weil es der grosse Saal ist begeben Sie sich bitte dahin damit auch die Leute die jetzt im Stream zuhören das auch hören was für Fragen Sie da allenfalls zu stellen haben ich ich habe doch alle entschlagen es gibt eine erste Frage gerne ein mutiger danke für deinen Vortrag ich wollte von dir noch mal hören ob ich das richtig verstanden habe diese ganze homomorphe weiss ich was Verschlüsselung da die können wir vergessen oder also die kommt nicht in der nächsten Zeit also du hast ja das schön gezeigt am Schluss sogar noch ein Problem mehr die Korrektheit aber was sollen wir eigentlich damit die wird nicht kommen denke ich für klassische Cloud Anwendungen also was wir heute dann irgendwie in die Cloud stellen eben damit sich jemand anders ums Management kümmert damit sich jemand anders um die Hardware kümmert und damit wenn die Hardware gerade von uns nicht ausgelastet ist dass sie von jemand anderem genutzt werden kann aber wir halt doch irgendwie die Kontrolle über die Daten behalten wollen und nicht nur einfach ein schönes SLA haben wollen für den Zweck wird es denke ich nicht kommen es wird andere Anwendungen haben David Sommer hat gestern beispielsweise eben das Teilen von Daten angesprochen dass gewisse Provider also er hat das Beispiel von Energiedaten genutzt dass man da regelmässig ein paar Datenwerte austauscht sagen wir alle Viertelstunde werden ein paar Datenwerte ausgetauscht und dann wird halt zwei Sekunden daran herumgerechnet für ein paar tausend Werte das ist dann kein Problem das ist eine spezialisierte Anwendung dort kann man dann vielleicht auch noch eben sogenannte Zero Knowledge Proofs darauf packen falls man etwas findet was da zu einem Zero Knowledge Proof passt und dass am Schluss alle aus diesen einzelnen Input Daten die eben anonym bleiben sollen aber die generierten Statistiken bekommen bekommen und alle irgendwie sicher sind dass das die richtigen Daten sind ich denke für sowas gibt es durchaus Ansätze aber wir sollten uns davon verabschieden dass wir unser Microsoft 365 oder sowas auf Homomorph Verschlüsselung laufen lassen können denke ich nicht in den nächsten zehn Jahren und wahrscheinlich auch nicht darüber hinaus Vielen Dank ich sehe gerade keine Schlange am Mikrofon und nehme deshalb das Stichwort verabschieden auf verabschiedet euch bitte noch nicht denn es geht gleich weiter wir machen einen kurzen Bühnenumbau und um 13 Uhr spielt dann hier die Hauptbahn zum Thema Mythen der Cloud weiter da wird es dann ein bisschen politischer vermute ich auch möglicherweise ein bisschen weniger technisch aber ich weiss aus gut informierter Quelle möglicherweise gibt es dann am Schluss als Zugabe auch das volle Trio nur für Sie exklusiv im Weissen Saal ab 13 Uhr ich freue mich wenn wir uns gleich wieder sehen